Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Wegen hoher Geldstrafe? Amber Heard verkauft ihr Haus. Geht Amber Heard, 36, so langsam das Geld aus? Im Mai stand die Schauspielerin mit ihrem Ex Johnny Depp, 59, vor Gericht, weil der Fluch der Karibik-Darsteller sie wegen Verleumdung verklagte. Das Gericht stellte sich auf Yonis Seite und verurteilte Amber zu einer Zahlung von mehreren Millionen Euro Schadensersatz. Aber hat die Aquaman-Darstellerin überhaupt so viel Geld, dass sie ihrem Ex zahlen kann? Immerhin hat TMZ jetzt erfahren, dass Amber ihr Haus in Yuccavary verkauft hat. Rund 1.027.635 Euro soll die Schauspielerin für ihr altes Zuhause bekommen haben. Nachdem das Grundstück den Besitzer gewechselt hat, geht Amber hier mit fast dem Doppelten von dem weg, was sie vor drei Jahren dafür bezahlt hat. Sie erstand das Haus damals für schlappe 557.859 Euro. Im Gegensatz zu Amber genießt Johnny sein zurückgewonnenes Leben in vollen Zügen. Der 59-Jährige wurde zuletzt ausgelassen in der französischen Hauptstadt Paris gesichtet. Dort besuchte er ein edles Restaurant und nahm sich anschließend Zeit für seine Fans, während er bester Laune war. Hey Leute, das ist Ganscham. Dann schreibt uns auf den Kanal und schreibt das Bell-Icon. Und like unser Video und share mit eurem Freund und Familie. Vielen Dank, dass wir dieses Video sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.